Ja, eine Frage, die beantworte ich schon jetzt vorneweg. Ja, Buzzshaker sind ein Game Changer und ich kann es nur jeden wärmstens ans Herz legen, dieses System mal auszuprobieren. Ich war auch anfangs sehr skeptisch. Viele sagten, Marcel, du musst das machen, das ist ein Game Changer, du willst nie wieder ohne. Ich so, ja, okay, aber ich habe andere Sachen auf meiner Prioliste, die im Moment wichtiger sind. Und deshalb habe ich das immer wieder verschoben, mir so ein Set mal zuzulegen. Dann kam ein sehr gutes Angebot für ein gebrauchtes Set. Ich habe zugeschlagen, weil da konnte man einfach nicht Nein sagen. Grüße gehen raus an Matthias und ich war so froh, dass ich dieses Angebot angenommen habe. Das war, das ist, das ist, das ist so gut. Also nochmal zurück, warum mache ich dieses Video? Welches Video wird das? Ich möchte euch mein System vorstellen, das, was ich hier habe, wie ich das eingestellt habe, wie ihr das verkabelt, wie ihr es anschließt und wie ihr es auch für oder in Windows einstellt und in SimHub einstellt und dann seid ihr ready und könnt das Set benutzen und es einfach genießen. Dafür ist dieses Video da und ich hoffe, eine Bitte schon mal jetzt an euch. Wenn es euch gefallen hat, wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Däumchen da oder ein Abo. Jetzt viel Spaß mit dem Video. So, jetzt zeige ich euch mal die Bass Shaker. Hier sind wir. Also ich habe hier vier Stück. Ein im Rücken. Zwei an der Seite, also einmal links und einmal auf der rechten Seite und einmal unterm Sitz. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Wahrscheinlich nicht. So, und den, ich habe zwei Bass Shaker verschraubt und zwei verklebt. Also die im Rücken und unterm Popo, die sind verschraubt. Das heißt also, ich habe in dieses Fiberglasmaterial Löcher gebohrt und dann einfach verschraubt und auf der anderen Seite habe ich das Polster abgenommen und mit einer Mutter gekontert. Und am besten ist es natürlich, wenn man die Bass Shaker verschraubt, anstatt zu verkleben. Denn wenn dieser Bass Shaker halt eben direkten Kontakt, also richtig mechanischen Kontakt mit der Schale vom Sitz hat, da hast du eben keinen Verlust dieser Vibration. So, und hier ist halt dieses Lautsprecherkabel, was nach unten geht. Dann gehen wir einmal auf die linke Seite. So, das ist der, der jetzt hier zum Beispiel verklebt ist. Da habe ich jetzt Dual-Lock-Band von 3M genutzt. Ist halt schlecht zu erkennen, weil wirklich alles schwarz ist. Und das klebt richtig gut und das kann man auch wieder abnehmen. Dafür braucht man aber etwas Kraft, weil das funktioniert wie Klett, nur halt eben 18 Milliarden Mal stärker. Und genau, das sind also auf jeden Fall viermal die gleichen Bass Shaker. Hier geht der Lautsprecherkabel nach unten durch den Sitz. Und so ist meine Konfiguration. Ja, und vier Stück reichen mir für diesen Sitz vollkommen aus. Mehr braucht man für den Anfang sowieso nicht. So, das ist jetzt in meinem Fall der Vier-Kanal-Verstärker, den ihr unbedingt braucht, wenn ihr Bass Shaker betreiben wollt. Und wie gesagt, vier Kanal, weil eben vier Shaker, jeder Kanal bekommt 50 Watt Leistung vom Verstärker, also eine Gesamtleistung von 200 Watt. In dem Fall ist es ein Verstärker von Duke Audio, das Modell M4. Und hier ist ein Kippschalter vorne. Auf AUX stelle ich den, also auf Mittelstellung. Jetzt ist der Verstärker eingeschaltet. Ich schalte es mal wieder aus, weil ich den gerade nicht brauche. Alle vier Kanäle, alle Regler hier sind auf Max gedreht, weil wir eben die Lautstärke nur über SIM-Hub regeln wollen. Dann einmal hier hinter, das sind die Cinch-Kabel, die führen direkt in den Computer, beziehungsweise ins Mainboard. Und hier sind alle Lautsprecherkabel, als angeschlossen. Und genau, das geht dann von dem Computer hier rein, in den Verstärker wird verarbeitet und dann geht das in die Bass Shaker rein. So sieht das Ganze aus, recht klein und kompakt. Jeder Kanal hat 50 Watt, also eine Insgesamtleistung von 200 Watt. Ist für die Bass Shaker eigentlich zu wenig, weil die Shaker können 200 Watt Leistung, beziehungsweise brauchen 200 Watt Leistung, wenn die auf maximaler Stärke laufen wollen. Das heißt, hier kriegen wir nur ein Viertel der Kraft an die Bass Shaker. Ist aber nicht schlimm, denn das reicht vollkommen aus, kaum zu glauben, ist aber so. Das reicht vollkommen aus, um die hier an meinem Sitz zu betreiben. Ich denke, wenn man die mit voller Kraft betreiben würde, dann würden die wahrscheinlich schneller reagieren, vielleicht auch sauberer die Frequenz halten. Das kann sein, das würde ich gerne auch bald herausfinden wollen und mir irgendwann mal einen stärkeren Verstärker zulegen. Aber das ist noch alles Zukunftsmusik, der hier reicht, erstmal vollkommen aus, um damit anzufangen. So, jetzt zeige ich euch, wie man sowas anschließt und verkabelt und deshalb habe ich da was vorbereitet und zwar, ich habe da mal ein Schema vorbereitet für euch, so wie man das anschließt oder so wie es jetzt bei mir angeschlossen ist. Und ich versuche es so kurz und knapp und so einfach wie möglich zu machen. Sieht erstmal vielleicht kompliziert aus, ist es aber eigentlich gar nicht. Das ist alles, was ich hier auch als System habe. Die Bass Shaker sind hier links oben. Dann einmal die Rückseite von meinem Verstärker. Dann hier links unten haben wir das Lautsprecherkabel. Wie viele Meter ihr euch kauft, das ist euch überlassen. Das müsst ihr dann ungefähr ausrechnen, wie viel Meter ihr für euer ganzes System braucht. Das sind dann diese Chinchkabel, beziehungsweise Chinch auf 3,5 mm Klinke, das ihr braucht. Und hier ein Bild, wie ich das Ganze an mein Mainboard angeschlossen habe. So, dann fangen wir mal an. Das Lautsprecherkabel habe ich hier die ganze Zeit orange markiert. Eins vorweg, es gibt ja immer, auch bei Kabeln, eine Plus- und eine Minusseite. Also Plus-Pol, Minus-Pol. Das rote Kabel, also es gibt immer ein rotes und ein schwarzes Kabel. Wenn man hier, wie hier, ein durchsichtiges Kabel hat, dann ist immer eins davon mit einem roten Strich versehen. Und rot ist immer plus. Grundsätzlich ist es egal, wie ihr das anschließt. Ihr könnt auch rot auf schwarz anschließen und schwarz auf rot. Wenn ihr das im ganzen System gleich Hand habt, ist das gar kein Thema. Aber solltet ihr euch mal während des Anschließens mal vertun und den zweiten oder dritten Bass-Shaker zum Beispiel mal andersrum anschließen, dann habt ihr ein großes Problem. Und das wollt ihr unbedingt vermeiden. Deshalb bleibt von vornherein dabei bei diesem Farbcode rot auf rot, beziehungsweise plus auf plus und minus auf minus. So, dann haben wir die wichtigste Regel schon mal erwähnt. Und jetzt fangen wir an mit dem Verkabeln. Ich habe jetzt hier mal dieses Lautsprecher-Kabel mal hier visuell dargestellt. Das ist orange. Und eins davon ist auch hier rot, also mit einem roten Strich und deshalb auch diese rote Farbe. Und deshalb schließen wir rot an rot an und schwarz auf schwarz. Also das ist jetzt hier dieser Bass-Shaker. Das andere Ende vom Lautsprecher-Kabel kommt auf die Rückseite vom Verstärker. Nicht wundern, das, was man jetzt hier sieht, das ist nicht vollständig. Also mit dem Verstärker kommt nochmal so eine Adapter-Klemme. Das heißt so eine breite Klemme, wo alle Lautsprecher-Kabel reingesteckt werden und nochmal mit einer Schraube eingeklemmt werden. Das fehlt jetzt hier auf diesem Bild auf der Rückseite. Das aber, also alle Lautsprecher-Kabel schließt ihr dort an und das Adapter-Stück steckt ihr dann hier drauf, wo jetzt diese nackten Pins zu sehen sind. Also jetzt die nackten Drähte von den Lautsprecher-Kabeln, die braucht ihr da jetzt nicht einfach nackig da reindrücken. Das wäre ja fatal. Und deshalb macht ihr das in dieses Adapter-Stück und das Adapter-Stück kommt dann hier drauf gesteckt. Auch hier gilt Plus auf Plus und Minus auf Minus bzw. Rot auf Rot, Schwarz auf Schwarz. Das macht ihr mit allen Bass-Shakern. Wenn ihr drei Stück habt, dann habt ihr dann hier auch drei Kabel. Wenn ihr vier habt, habt ihr vier Kabel. Das ist eigentlich recht simpel. Dann brauchen wir auch eine Verbindung vom Verstärker zum PC. Das machen wir mit diesen Cinch-Kabeln bzw. Cinch auf 3,5 mm Klinke. Ich habe jetzt vier Bass-Shaker, also bräuchte ich auch zwei von diesen Kabeln hier. Ich habe jetzt zwei von denen, Rot und Weiß auf 3,5 mm Klinke und das zweimal. Deshalb auch hier ist dieses Kabel in Weiß dargestellt. Und auch hier die beiden Cinch-Anschlüsse, Rot und Weiß, auch hier dargestellt. Rot stecken wir im Verstärker in die Rückseite in Rot rein, Weiß in Weiß. Ich habe wie gesagt vier Bass-Shaker, also nutze ich auch alle vier Channels. Ein Cinch-Kabel, also eine Farbe steht für einen Kanal, steht für einen Bass-Shaker. Rot in Rot, Weiß in Weiß, Rot in Rot, Weiß in Weiß. Dann habt ihr dann am Ende zwei 3,5 mm Klinkenkabel. Die stecken wir auf die Rückseite in den PC, also ins Mainboard. Und ich habe jetzt in meinem Fall fünf Anschlüsse, wo man die Kabel theoretisch rein tun könnte. Was aber partout schon mal nicht geht, ist in den Mikrofoneingang. Das geht nicht, das könnt ihr klicken. Ich habe es auch mal in Center und Subwoofer reingesteckt. Ich glaube, das hat nicht ganz funktioniert. Line-In bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Was aber definitiv funktioniert, ist Rear und Line-Out. Da habe ich das jetzt reingetan und es funktioniert tadellos. Also das ist die Verkabelung bzw. so sieht das Anschließen aus des ganzen Systems. Ist eigentlich recht einfach, wenn man es einmal vernünftig beigebracht bekommt. Ich habe nach solchen Videos gesucht und nie ein All-in-One-Video gefunden, wie man sowas macht. Und deshalb will ich das ein für alle Mal für euch machen, dass ihr ein All-in-One-Tutorial habt und dass man das einmal vernünftig erklärt, sodass man das System auch direkt nutzen kann. So, ich hoffe, das war verständlich genug. Denkt immer nur daran, Rot auf Rot, also Plus auf Plus und Minus auf Minus. Das war es für eine Verkabelung. So, jetzt zeige ich euch, nachdem ihr das angeschlossen habt, also mit dem PC verbunden habt, zeige ich euch, was man bei den Windows-Sounds beachten muss. Dafür gehen wir jetzt einmal hier in die Windows-Sounds, Rechtsklick und in Sounds. Jetzt kommt das Fenster, das schiebe ich jetzt mal hier hin. Können wir das größer machen? Nein, geht nicht. Aber das sollte erkennbar sein. So, wir gehen in den Reiter Wiedergabe. Also alles, was ich nicht brauche, habe ich sowieso deaktiviert. Ich habe nur zwei Quellen jetzt hier in meinem Fall aktiviert. Einmal mein Headset selber, was in der Soundkarte von Soundblaster Z drin ist. Und einmal das Onboard-Audio-System von meinem Mainboard. Das ist hier. Beides ist bereit. So, dann geben wir, also wir haben jetzt die Bass-Shaker, beziehungsweise den Verstärker mit dem Mainboard verbunden. Und das ist das hier. Wir gehen da jetzt mal rein. Rechtsklick und Lautsprecher konfigurieren. Das, was wir jetzt machen, ist auch alles im FAQ vom Simhub beschrieben. Das zeige ich euch aber trotzdem. Für alle, die jetzt das FAQ nicht verstehen, weil es auf Englisch ist, zeige ich euch mal das, das gröbste, was ihr wissen müsst. Lautsprecher konfigurieren. Und das ist jetzt ganz wichtig. Ich habe jetzt in meinem Fall vier Bass-Shaker. Simhub sagt, wenn man vier Bass-Shaker benutzt, müssen wir die Lautsprecher so konfigurieren, dass wir eine Quadrophonie haben. Wir können auch sagen, 5.1, 7.1 würde aber nicht funktionieren. Wir nehmen also immer Quadrophonie und werden diese auch so konfigurieren. Das habe ich schon gemacht. Und deshalb könnt ihr es auch hier dann so sehen. Quadrophonie. So, abbrechen. So, wir gehen nochmal hier rein in... So, wir doppelklicken einmal drauf und dann sehen wir hier den Pegel. Hier steht jetzt oben 60. Warum? Weil das hier wird von Simhub gesteuert. Das zeige ich euch nachher dann. Alle Regler am Verstärker selber, die sind alle immer auf Max gedreht. So, nicht wundern, die Aufnahme ist da zum Zeitpunkt irgendwie abgebrochen. Was ich euch noch zeigen wollte, ist, dass ihr die Slider, wo jetzt auch die 3,5 mm Klinke eingesteckt sind, dass die auf 100% stehen. Ja, das ist ganz wichtig. Ob die anderen auch auf Max stehen, ist euch überlassen. Aber da, wo die Kabel drin sind, die sollten auf jeden Fall auf 100% stehen. Dann gucken wir nochmal, gehen wir einen Reiter weiter, auf Erweitert. Und das ist ganz wichtig, dass wir diese drei Häkchen setzen. Das wird auch im FAQ von Simhub beschrieben. Das bleibt deaktiviert. Das ist unwichtig. Ja, das war es auch schon. Zu den Windows-Sounds, das sollte jetzt kein Thema mehr sein. Wenn ihr ein Headset benutzt, was schon mit 3,5 mm Klinke an euer Mainboard angeschlossen ist, dann habt ihr ein Problem. Dann könnt ihr nicht die Bassshaker gleichzeitig mit dem Headset benutzen. Wenn ihr kein USB-Headset habt, dann braucht ihr eine zweite Soundkarte. Deshalb prüft vorher, ob es bei euch möglich ist. Ihr müsst dann, wenn ihr ein XLR-Headset habt, also mit 3,5 mm Klinke, braucht ihr eine zweite Soundkarte. Dort schließt ihr entweder die Bassshaker an oder eben euer Headset und das andere dann an euer Mainboard. So, nachdem ihr das mit den Windows-Sounds gemacht habt, zeige ich euch jetzt alles, was man bei Simhub beachten muss. Simhub habe ich schon geöffnet. Ihr schiebt es mir jetzt mal hier rüber. Ich habe dieses Farbschema gewählt. Ich finde irgendwie das Grau-Gelbe einfach cool. So, das ist jetzt das Simhub-Menü. Wir gehen erstmal, was ihr zuerst macht, wir gehen in Settings. Warum? Weil ihr nicht so wie hier, ihr würdet diesen Teil, Shake-It, Bassshakers, würdet ihr erstmal gar nicht sehen. Deshalb gehen wir erst in die Settings rein. Gehen dann auf den Reiter Plugins. Scrollen etwas weiter runter. Bis wir folgendes finden. So, Shake-It, Bassshakers. Dieses Plugin müsst ihr hier rechts aktivieren, wie in meinem Fall auch. Und dann auch noch hier aktivieren, Show in Left Main Menu. Das haben wir jetzt gemacht. Dann gehen wir einmal auf OK. Und wenn ihr das gemacht habt und auf OK bestätigt habt, dann müsste das jetzt hier im Menü auftauchen. Da gehen wir jetzt auch drauf. Hier sind wir auch schon drauf. Und erstmal gehen wir in Sound Output. Also wir haben hier drei Reiter. Wir gehen in den Reiter Sound Output. Und hier seht ihr alle Soundquellen, die euer System hat. Das gleiche, was ihr auch in den Windows Sounds sehen würdet. Aber hier seht ihr auch nur die, die jetzt bei euch im Windows Sound auch aktiviert sind. Alle, die deaktiviert sind, die seht ihr hier nicht. Finde ich auch gut so, weil das würde dann nur alles etwas komplizierter machen. So, wie bereits vorhin schon erwähnt, mein Headset nutzt die Soundkarte von Sound Blaster Z. Das ist also, so wie hier auch zu sehen, deaktiviert. Wir haben die Lautsprecher ja ins Mainboard eingesteckt und dann nutzen wir ja das Audio-System von Realtek. Und das ist aktiviert. Output Tuning, gehen wir mal da rein. Ich habe jetzt hier nichts geändert. Das lasse ich auch so. Okay. Dann können wir auch hier folgendes machen. Hier seht ihr in dem Reiter Controls. Ich kann hier zum Beispiel sagen, ich kann mir jetzt irgendeinen Button belegen auf Lenkrad, auf der Buttonbox, sogar auf der Tastatur oder auf dem Stream Deck. Und einfach Buttons belegen, um die Stärke der Bass Shaker zu verändern. Entweder stärker oder schwächer beziehungsweise lauter oder leiser. Das habe ich hier gemacht. Und zwar habe ich einfach zwei Buttons belegt auf meiner Buttonbox. Das kann ich euch mal zeigen. Wir gehen mal in Effects Profile und jetzt könnt ihr sehen, die SimUp Lautstärke, also die Gesamtlautstärke der Bass Shaker ist jetzt bei 60%. Jetzt drücke ich mal ein Button auf meiner Buttonbox und erhöhe um 5%. Weil ich habe das in 5% Stufen eingestellt. Und ich kann einfach mit einem Klick auf der Buttonbox die Bass Shaker schwächer oder stärker machen. Meistens fahre ich zwischen 60% und 65%. Ich habe eine Frau gefragt, sie hört nichts nebenan. Das war mir ganz, 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 ganz wichtig. So, das für die Controls. Hier könnt ihr dann auch einstellen, in welchen Stufen es regeln soll. Wie jetzt in meinem Fall 5% Stufen. Ihr könnt auch einen Button belegen, um die Bass Shaker erstmal stumm zu schalten oder hier Reset Calibration. Ich weiß nicht, was das ist. Also ich brauche das nicht. Also ich habe das noch nie resetten müssen. Deshalb habe ich das jetzt da auch nicht belegt. So, dann gehen wir noch mal in Sound Output. Machen den Teil hier auf. Zack. Das erschlägt euch erstmal, aber ist eigentlich ganz easy. Das, was ich euch jetzt auch hier zeige, steht auch im FAQ vom Simhub. Oder von Simhub. So, für meinen Fall ich habe jetzt 4 Bass Shaker. Ich habe jetzt Custom Channel Map up to 8 Channels. Das habe ich jetzt ausgewählt. Entweder könnt ihr sagen, ihr habt nur ein Bass Shaker, dann wählt ihr Mono. Ihr habt 2 Bass Shaker, die jetzt links und rechts irgendwo platziert sind. Dann nehmt ihr auch Left and Right. Das sind die vorne und hinten, Front, Rear oder Front, Left und Right oder ja und so weiter. Also diagonal, das geht auch. Oder ihr habt 4 Stück am Rig befestigt. Vorne, links, vorne, rechts, hinten, rechts, hinten, links. Ich habe jetzt in meinem Fall ein besonderes Schema. Deshalb nehme ich Custom Channel Map. So, das habe ich jetzt ausgewählt. Jetzt könnten wir theoretisch 8 Bass Shaker hier einstellen. Bei mir laufen ja nur 4. Deshalb sind alle 4 auf 100%. Und ich habe die auch schon so benannt, auch nach dem Ort, wo diese platziert sind. Rücken, links, unten und rechts. Weil ich wusste erstmal nicht, welche Spalt ist jetzt für welchen Bass Shaker. Also muss ich erstmal einmal kurz testen und dann wusste ich, welche das ist. Und die habe ich dann auch so dementsprechend benannt. So, ich kann mal kurz den im Rücken testen. Ich drücke mal drauf und es knallt einmal. Oh ja, das ist schön. Das ist einfach richtig geil. Hier könnt ihr auch sehen, dass die gerade funktionieren. Also dass die gerade laufen. Jetzt einmal links. Oh, das ist gut. Einmal rechts. Oh yes, Baby. Und unten. Ja. Okay. So. Der Test ist dafür da, um einfach nur zu gucken, welcher Bass Shaker ist wo und dass sie auch wirklich funktionieren. Die sind auf 100% eingestellt, weil wir die Gesamtlautstärke immer mit SimHub regeln. So. Jetzt kommt der etwas komplizitere Teil. Kompliziert aus dem Grund, weil man so viele Möglichkeiten hat. Das ist Fluch und Segen zugleich. Man kommt aber relativ schnell rein. Man kann ja aber auch sehr viel spielen. Deshalb ist es auch wichtig, welche Bass Shaker habe ich und wo habe ich diese verbaut und für was will ich die eigentlich nutzen. Das solltet ihr schon vorher wissen beziehungsweise im Kopf haben. Somit fällt euch die Einrichtung leichter beziehungsweise so könnt ihr schon direkt auswählen, welches Signal sollen die Bass Shaker eigentlich verarbeiten. Und wir haben hier so einige Signale, die wir hier auswählen können. Was habe ich jetzt für mich eingestellt? Ich wollte, dass der Bass Shaker unten, dass er für die Motor Vibration zuständig ist. Also ihr könnt ja so viele Signale für ein Bass Shaker nutzen, wie ihr wollt. Nur wenn das dann eben mehrere Signale sind, dann kann es sein, dass da einige Signale dann auch verschluckt werden und ein Bass Shaker halt eben diese Fülle an verschiedenen Frequenzen gar nicht zur selben Zeit abrufen kann. Deshalb habe ich immer nur ein bestimmtes Signal für ein Bass Shaker. Somit hast du ganz klar ein sauberes Signal. Also den für den Popo, den habe ich halt für die Motor Vibration. Dann den für den Rücken, nur fürs Schalten, dass wir einen kleinen Stoß spüren, wenn wir halt eben schalten. Und dann haben wir jetzt noch die Bass Shaker für links und rechts. Da habe ich jetzt Road Rumble. Einmal Front Left und Rear Left, also die ganze linke Seite, also Vorder Reifen, Hinter Reifen links und für den rechten Shaker Vorderer, Rechter Reifen und Hinterer, Rechter Reifen. Also die ganze rechte Seite. Da spüren wir auch ganz schön und zwar habe ich jetzt beide ausgewählt aus folgenden Grund. Es gibt ganz kurze Curbs zum Beispiel. Wenn ihr über den Curb fährt mit dem linken vorderen Rad und das ist nur ein ganz kurzer Curb, dann ist der linke Vorderreifen schon über den Curb gefahren, also ist schon daran vorbei. Aber jetzt ist der Curb genau zwischen beiden Reifen. Das heißt, der hintere Reifen, der berührt den Curb noch nicht. Erst einige Mühsekunden später gibt oder fährt das hintere Rad über den Curb. Das heißt, ihr würdet jetzt realistisch auch zweimal diesen Curb spüren. Also zweimal ganz kurz, zum Beispiel wenn ihr dann über einen ganz, ganz kurzen Curb fährt. Wenn wir jetzt nur Front Left nehmen würden, dann würden wir nur den Buzz Shaker spüren, wenn das linkere vordere Rad über diesen Curb fährt. Wenn der schon dran vorbei ist, hört das Vibrieren auf, obwohl danach erst noch der hintere Reifen auch noch über den Curb fährt. Und deshalb habe ich immer beide für eine Seite genommen. Also Front und Rear Left für einen Shaker und Front Right und Rear Right für den rechten Shaker. Das sind eigentlich die Optionen, die ich jetzt für mich persönlich ausgewählt habe. Dann gehen wir jetzt ein Reiter weiter, nämlich Effects Profile. Hier können wir nochmal ganz speziell einstellen, wie soll es vibrieren und wie stark. Also das heißt, wir haben eine Gesamtlautstärke von 60 Prozent. Das könnt ihr jetzt hier oben sehen. Und wir können nochmal die einzelnen Signale nochmal von der Lautstärke her regeln. Das habe ich eigentlich eigentlich so gemacht, dass alle auch hier bei 100 Prozent sind, außer Engine Vibration, also diese 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 Liberation vom Motor drehzahlabhängig. Die habe ich bei 20 Prozent, weil auch schon mal in 20 Prozent ist es schon sehr, sehr stark ausgeprägt. Deshalb reichen mir da die 20 Prozent vollkommen aus. So, das heißt, wir haben jetzt hier das zeige ich euch mal, den für unten Engine Vibration. Auch nur die, die jetzt jetzt on sind, die ihr jetzt für euch aktiviert habt, nur auch die braucht ihr auch hier aktivieren. Die anderen könnt ihr ruhig deaktiviert lassen. Die schauen wir nicht an. Welche ihr nehmt, ist natürlich euch überlassen, aber ich habe jetzt die vier Effekte und deshalb zeige ich die euch. So, einmal Engine Vibration und hier kann man halt die Lautstärke nochmal, wie gesagt, regeln. Dann einstellen zum Beispiel Engine Generator Mode. Hast du, also man kann hier jetzt auswählen Basic oder Grainy. Basic ist jetzt, dass der zum Beispiel, dass die Frequenz von sagen wir mal 70 Hertz, dass die etwas Grainy ist, also etwas, etwas, etwas unruhig. Ja, also nicht speziell diese 70 Hertz, diese sondern eher so also eher so ein bisschen ein bisschen Spielraum für ein paar Hertz drüber, paar Hertz drunter. Das ist so einen, einen, ja, Grainy Sound habt. Das ist halt schwer zu beschreiben. Auf jeden Fall ist es kein, keine saubere einzelne Frequenz von 70 Hertz, sondern eher so zwei, drei Hertz mehr, zwei, drei Hertz weniger im Wechsel. Und das ist für mich so bei der Motordrehzahl ist das für mich realistischer, weil auch ein Motor nicht immer sauber auf diese exakte Drehzahl läuft. Dann schließen wir den Teil und gehen auf Gearshift. Ist ein ganz wichtiger Bass Shaker, weil die Gänge müssen bei mir knallen, die müssen scheppern. Also ich brauche einen Klatsch, ich brauche einen Schlag in den Rücken, genauso wollte ich es haben. Deshalb bei 100 Prozent und ich habe die Frequenz wie es also wie es vibrieren soll, habe ich bei 38 Hertz stehen. Ist so für mich mit diesem Bass Shaker, mit diesem Verstärker ist das für mich so das beste Ergebnis. Ich habe vieles probiert, bis sogar 70 Hertz, bis runter auf 24 Hertz. Bei 24 Hertz, also bei niedrigen Frequenzen, da verschluckt der Shaker sich schon. Das mag der gar nicht. Deshalb auf 38 Hertz und da das eine konstante Herzzahl ist, können wir auch diesen Bass Shaker auch mal kurz testen. Das machen wir jetzt auch mal. Ja, und es gibt einen ganz kurzen Knall. Und ich kann auch zum Beispiel sagen, wie lang diese Vibration sein soll, wenn ich schalte. Ich habe jetzt hier stehen auf 85 Millisekunden. Ich habe es auch kürzer probiert und länger. Kürzer ist das Problem, dass, wenn man halt eben einen schwächeren Verstärker hat, wie jetzt in meinem Fall, der nur 50 Watt pro Shaker liefern kann, obwohl die Bass Shaker eigentlich bis zu 200 Watt Leistung aufnehmen können. Habe ich das Gefühl, er braucht auch eine gewisse Zeit, bis er diese Frequenz von 38 Hertz erreicht hat. Er braucht eine gewisse Zeit, ein paar Millisekunden. Gibt man dem zu wenig Zeit, dann schafft er es gar nicht auf die 38 Hertz hochzuschwingen. Das ist das, was ich so für mich beim Ausprobieren festgestellt habe. Deshalb gebe ich dem so die 85 Millisekunden, dass er Zeit hat, diese 38 Hertz zu erreichen und auch diese ganz gut zu halten, bis er wieder komplett stoppt. Da könnt ihr aber spielen, da könnt ihr euch austoben, wie ihr wollt. Ja, das ist das, was ich eingestellt habe. Ihr könnt auch einen Delay einstellen, finde ich gerade beim Schalten, aber tödlich, ein Delay habe ich nirgendwo an, deshalb brauche ich diesen Effekt zum Beispiel gar nicht. High Priority, das ist so eine Funktion, wenn jetzt ein Bass Shaker zwei oder mehr Signale verarbeiten muss, das zur gleichen Zeit, also wenn mehrere Signale zur gleichen Zeit abgespielt werden müssten, dann kann man mit diesem High Priority Modus diesem Signal eine höhere Priorität geben. Das heißt, Gearshift, wenn ich das jetzt hier anmachen würde und ich hätte noch zum Beispiel Motor Drehzahl auch noch auf diesem Shaker, dann würde für eine kurze Zeit beim Schalten die Motor Drehzahl nicht mehr den Bass Shaker zum Vibrieren bringen, sondern nur noch das Schalten. und erst nach dem Schaltvorgang, wenn der Schaltvorgang zu Ende ist, das Vibrieren davon, dann würde erst wieder die Motor Vibration anlaufen. Hier könnte also hier nochmal eine höhere Priorität hier dem Bass Shaker geben, dem Signal geben. Ich brauche es nicht, weil ich für jeden Shaker nur ein Signal habe. So, das wäre es zum Gearshift, jetzt kommen wir zum Road Rumble. Hier wird es ein bisschen umfangreicher, nicht unbedingt komplexer, aber umfangreicher. Hier wähle ich zwischen 44 und 76 Hertz. Da habe ich auch sehr viel rumgespielt und das ist so, dass das das Frequenzband, was sich für mich am besten anfühlt. Ich denke auch, dass es auch mit dem Curb zu tun hat, den ihr auch in iRacing fahrt. Weil in iRacing wird ja jeder Curb einzeln auf jeder Strecke weltweit simuliert. Kein Curb ist gleich. Zum Beispiel wenn ihr mit 200 kmh über diesen Curb auf Spar in Rouge fährt, dann würdet ihr zum Beispiel eine Vibration von 60 Hertz haben. Und ein Curb weiter, weil alle Curbs haben ja ein 3D-Modell und das wird ja dort exakt simuliert. Und je nachdem, mit welcher Geschwindigkeit man über welchen Curb fährt, variiert auch die Frequenz. Das will ich damit sagen. Deshalb gebe ich diesem Signal, diesem Signal Paket ein Frequenzband von 44 bis 76 Hertz. Und das kann man hier jetzt einstellen. Wenn wir jetzt sagen, ich möchte nur eine Frequenz haben, dann nehmen wir diesen Haken raus und werden nur immer nur konstant 44 Hertz. Egal wie schnell, egal über welchen Curb wir fahren. Wäre etwas monoton und etwas langweilig. Ich möchte ein bisschen Variation haben, weil es auch realistisch ist. Deshalb High Effect Frequency, deshalb spielt er da mit diesen Frequenzen rum und wir geben denen die Möglichkeit dann die richtige Frequenz für jeden einzelnen Curb auszuwählen. White Noise ist auch ein sehr cooler Effekt, den habe ich immer an bei den Curbs. Das ist sowas ähnliches wie bei der Motodrehzahl, dieser Grey Effekt. Ich gebe nochmal bei diesen 54 Hertz auch nochmal dem die Möglichkeit er kann zwischen plus minus 5 Hertz nochmal schwanken. Das finde ich cool, weil auch Curbs ja nicht wirklich exakt dort auf der Strecke gebaut sind, sondern die auch nochmal vielleicht leicht beschädigt sind, verschließen oder wie auch immer. Und das kann ich mit diesen White Noise Effekt sehr gut darstellen. Das heißt also, ich habe nicht diese monotone Frequenz, wenn ich jetzt über einen Curb fahre, sondern plus minus 5 Hertz. Das ist zum Beispiel damit gemeint. So, dann haben wir hier Effect Specialization, ich weiß nicht, wie man das jetzt ausspricht, Corners. Das ist jetzt damit gemeint, so verstehe ich das, dass wir hier, ich möchte jetzt den Effekt von vier Reifen haben, deshalb nehme ich jetzt Corners, deshalb wenn ich jetzt mit dem vorderen linken Reifen über den Curb fahre, dann soll es erst dort vibrieren, dann kurz aufhören, wenn der hintere linke Reifen noch nicht den Curb berührt hat und erst dann vibrieren, wenn es das berührt. Wir haben noch den Effekt Effekt Settings, Max Rumble Speed, 340 kmh, ich weiß nicht genau, was damit gemeint ist, ich weiß es nicht mehr, ich habe es mal gelesen, auch so eingestellt, aber ich weiß nicht mehr, was es genau bewirkt, ich denke einfach nur, dass hiermit können wir einstellen, wie schnell der Bass Shaker reagieren soll, ich habe es mal gerne, dass er recht schnell dann eben die gewünschte Frequenz erreicht, wir können zum Beispiel sagen, geh zurück, dann wird es linear, oder eben er soll sofort auf die 100%, ich glaube, was hiermit gemeint ist, ist die Zeit in Millisekunden und hier der Ausschlag, also wann er die 100% Leistung erreicht, das soll eben schnell gehen, nicht linear, so, das ist das, was ich euch mitgeben kann, an Wissen, was ich jetzt über SimHub habe, zu den Bass Shaker, ich SimHub dann wisst ihr jetzt eigentlich grob alles, was ihr wissen müsst, wenn ihr das in SimHub einstellt. Hier ist noch ein Tipp von mir, ich war erstmal sehr, sehr skeptisch, ich wollte eigentlich nicht in meinen Sitz bohren, weil ich immer denke, okay, wenn du es falsch machst und da splittert irgendwie sehr viel Material ab oder es bricht, dann brauchst auf den neuen Sitz und das wäre halt fatal, weil ein neuer Sitz ist halt recht teuer, aber ich habe es trotzdem gemacht, habe mir da, ich habe gegoogelt, ja, weil ich wusste erst mal gar nicht, okay, mein Sitz besteht aus Fiberglas, die ganze Schale, wie bohrt man in Fiberglas und da wurde ganz klar dann auf Google gezeigt und beschrieben, dass man einen Holzbohrer nehmen soll, das sind halt eben zylindrische Bohrer mit einer Spitze oben drauf, mit der Spitze kann man dann schon vorbohren bzw. den Bohrer zentrieren und das ging echt einfach, das war gar kein Problem, einfach nicht so viel Druck, dass eben nichts rausbricht aus dieser Bohrung, wenn man mit dem Bohrer durch das Material gegangen ist, einfach mit hoher Drehzahl ich habe jetzt einfach einen Akkubohrer genommen, den auf Stufe 2 gestellt, also auf die schnellere Drehzahl und damit dann gebohrt, ganz leichten Druck nur, es wird ein bisschen nach Kunststoff riechen, ist aber normal und es ging dann doch erstaunlich einfach, dann war ich auch relativ schnell durch und konnte dann die Bassshaker montieren also ihr braucht euch da keine Sorgen machen, es bei mir wunderbar funktioniert und deshalb nimmt einen Holzbohrer und macht es dann vorsichtig es geht es klappt wunderbar bevor ich es ganz verchecke wollte ich euch nochmal dieses 3M Dual-Lock Band zeigen womit ich meine seitlichen Bassshaker montiert habe beziehungsweise geklebt habe geklettert habe wie auch immer man das sehen möchte und zwar das ist die Rückseite diese Klebefläche man zieht die Folie ab und dann klebt es und das ist die Rückseite die eigentliche Zauberei dahinter sieht aus wie richtig grobes Klett und es gibt keine spezielle Gegenseite dafür das ist immer das gleiche Material hier ist jetzt ein zweites Stück und das kleben wir mal zusammen und das hält bombenfest meint man gar nicht erstmal aber wenn man das einmal ausprobiert hat dann sieht man welche Kraft dahinter steckt und vor allen Dingen es ist tausend mal wiederverwendbar wir kleben also legen es hier drauf das rutscht noch sehr hier ja und dann drücken wir das einmal ein ich zeig's mal vielleicht mal sehen so und es ist fest es ist es ist bombfest ohne Witz und jetzt können wir das wieder abziehen wenn man das so abzieht ist es relativ einfach ja und ich kann es wieder verwenden und wieder abziehen so also also das zeug ist einfach der hammer kaum zu glauben ist aber so schaut es euch an ein weiterer tipp ist ich habe schnell festgestellt dass man den Sitz sehr gut vom ganzen Rest des Rigs abkoppeln muss weil sonst eben die ganze Vibration in das ganze Rig geht und das ganze Rig dann in Schwingungen versetzt die hört man dann sogar sehr laut das hört sich nicht schön an man weckt damit das ganze Haus auch die Nachbarn und die anderen Menschen die so mit einem zusammen wohnen und deshalb ist es unentbehrlich das Rig einfach gut und sauber vom Sitz zu entkoppeln und ich möchte euch dann in dieser kurzen Szene zeigen wie ich das gemacht habe und das Ergebnis war sehr gut auch wenn man nur so Kleinigkeiten gemacht hat es hilft sehr und deshalb ist es ganz ganz wichtig so ich zeige euch jetzt mal die Entkopplung also die Entkopplung vom Sitz zum Rig und zwar folgendes wir haben wir einmal das Profil das Aluminium Profil dann haben wir einmal die Sitz Schiene mit der ich den Sitz verschieben kann und einmal die Sitz Konsole und Zwischen Sitz Schiene und Sitz Konsole habe ich diese Waschmaschinen Gummimatten dazwischen gelegt zwischen den vorderen und den ganz hinten ein Loch gemacht dass die Schraube eben noch durchpasst von der Sitz Konsole zur Sitz Schiene und die sind einfach nur so dazwischen wir schoben fest geschraubt aber nicht zu fest so dass sie nicht wirklich platt gedrückt werden weil dann haben die auch keine Fähigkeit mehr irgendwelche Situationen zu schlucken wenn die so hart gepresst werden dann verlieren die ihre Wirkung dann habe ich aber nicht nur das gemacht auf beiden Seiten hier das ist kein Problem das Luft schüppert auch nichts und auch nochmal hier und das auf der anderen Seite genauso man könnte jetzt meinen also meine Sorge war dass dadurch dass jetzt Gummi dazwischen ist dass ich irgendwie beim Sitz mehr Flex spüre zum Beispiel gerade beim Bremsen dass der Sitz sich dann zum Beispiel noch weiter neigen würde aber diese Sorge war überhaupt nicht begründet der Sitz bewegt sich nicht mehr als sonst also nichts war spürbar von daher ist diese Lösung für mich super geeignet weil dadurch konnte ich das verhindern dass die Vibrationen von diesen Shaker in das Rig über gehen weil das willst du nicht dass die Vibration ins Rig über gehen weil dann sehr viele Vibration verschluckt werden und wenn das ganze Rig scheppert und es dröhnt dann hier laut und alles wackelt und das ist einfach nicht schön das ist sehr laut stört extrem und stört auch den Nachbarn und deshalb muss man unbedingt daran denken und für sich die beste Lösung finden das ist jetzt meine Lösung die habe ich auch aus dem VR Forum auch nochmal hier großen Dank an Peter Winkler für die Idee und für mich hat sie wunderbar funktioniert ganz ganz wichtig Entkopplung die man sonst nur wenn überhaupt nur zum Teil im Lenkrad spürt die spürst du jetzt am ganzen Körper und das ist schon etwas ganz besonderes wenn du auch mit allen Sinnen das Fahrzeug spürst und deshalb ist gerade Bassshaker so eine simple Vibration sowas geiles und ich muss schon wieder grinsen weil ich freue mich schon auf die nächste Fahrt gleich ich hoffe dass ihr danach jetzt auch so viel Spaß haben Bis zum nächsten Mal